Hallo und herzlich willkommen zu Folge 45 und ich bin mir sicher die 50 knacken wir noch. An meiner Seite der großartige MS-Standard, ich bin dein Mr. Venon1974 und... Wir können jetzt in den VIP-Raum. Muss ich nochmal mit dir labern, du Affenbirne? Nein, ich kann's direkt reingehen. Die Goldiger haben es drauf! Oder wie bei Schalibron... Also, unbekannter Neuling, sie haben mir für Aufregung gesorgt. Rolf und ich warten schon seit Jahren auf einen talentierten Herausforderer wie Sie, deswegen sage ich Ihnen das jetzt. Halten wir uns mit Flosken aus. Fangen wir gleich an. Jetzt warten Sie aber mal, Trainer Abel. Was glauben Sie, was Sie da tun? Jemanden herausfordern, was wir schon dieses ganze Scheißspiel tun. Ich gebe jedes Jahr mein Bestes, um Sie und Rolf zu schlagen. Außerdem bete ich Ihre Schülerin. Ich hoffe in Tennis. Sie wollen gegen diesen Neuling spielen, bevor Sie gegen mich spielen. Nein, das gehört sich einfach nicht. Ich schätze, das ist unwahr. Wir machen es folgendermaßen. Sie beide spielen gegeneinander und ich trete gegen den Spieler an. Gegen den Sieger an. Wie klingt das? Gut. Fight. Dann also abgemacht. Ich warte da drüben. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie fertig sind. Ich will jetzt erst den Raum durchsuchen. Ich werde Sie besiegen und gegen Trainer Abel spielen. Ich mache Sie platt, 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 platt. Klatte die Augen aus. Ich klaue dir die Handtasche. Finden wir heraus, wer es mit ihm aufnehmen darf. Nein. Warum denn nicht? Kommst du sonst eh nicht weiter? So, ich will erst mal in den Raum gucken. Ach so. Angel. Ach, Angel und Venus. Das sind sie. Angel und Venus. Ja, ich... Hm. Kennt man die irgendwoher? Ich glaube... Ähm... Erstmal klauen. Ich bin eine Star-Spielerin. Ich gehe erst mal gucken, was man so mitnehmen kann. Boah. Eine Ansteckblume. Ich werde bekloppt. So. Kann ich mit denen schon direkt quatschen? Da, links. Schrank, Schrank, Schrank. Wir sind die... Die Gabrielle-Schwester. Wir sind die Gabrielle-Schwester. Meine Schwester Venus und ich fresse sie zum Frühstück. Ach, können wir direkt spielen. Okay. Ich hoffe, es ist eine Klasse für dich. Aber ich bin noch nicht fertig. Sie werden schon sehen. Ach, kann ich auch antreten. Aha. Was hast du denn noch so gesehen? Das ist... Ich habe jetzt gerade was kaputt gemacht. Das ist... Okay. Auf der anderen Seite steht auch noch ein Schrank. So. Dann würde ich doch sagen, allein um die Zuschauer draußen zu ärgern, bevor wir den Storyfight machen, machen wir jetzt alles andere. 5.000 Pöntjes. Da siehst du. Geht's da unten irgendwo lang? Ach, dann kommst du wieder raus. Ach so. Aber das ist ein guter Hinweis. Wie sieht's denn auf der anderen Seite aus? Ja, wir haben's drauf, ne? Was ist das denn? Ach, da geht's... Lass mich ran. Hier hinten geht's zum Finale. Zum Apartment von Rolf. Spielen wir dann in einem Apartment, ne? Ja, ja. Läuft. Tennis alt, ne? Ja, ja. Der weiße Sport. Komm. So. Man nennt so nicht die gierigen Gamers. Sie haben keine Angst, sollten sie aber. Hahaha. Ja. Du kannst mich mal. So, komm, wir bleiben bei dem... Team, die alles können. Oh, nein, Gott. Beide auf maximal Level. Schon wieder sechs Spiele. Ja, dann wissen wir, was für diese Folge machen. Ja, die sind beide nur Stufe 4, also. Das kriegst du Sinn. Höh. Die Gabrielle. Höh. Höh. Okay. Okay. Das war der erste Punkt. Das sagt noch gar nichts. Das musst du machen. Das kann ich machen. Und das auch. Na, bitte. Ja, komm. Schlag auf. Zack. Alles, keine Chance hier. Ihr Schwesternpack. Zack. Fertig. Zwei Breakbälle. So, komm. Das war mal ein Opening. Ja, war der Opa viel gefährlicher. Na ja, warte mal ab. Ach, komm. Das wird eine 6-0-Klatsche. Da, siehste. Null Chance. Da sehe ich... Das ist eine ganz schön große Klappe. Da sehe ich schon Angst. Da. Zack. Wieder weg. Da. Mom, ich kann nicht so die Fresse aufreißen. Da hätte er eigentlich Emily haben müssen, du blöde Nuss. Du kannst übrigens... Das kann ich vielleicht gleich mal zeigen. Auch deine... Na, vielleicht sollte ich das nicht während des Spiels machen. Aber du kannst deine eigenen Spieler vermöbeln. Du kennst mich. Sowas probiere ich als erstes aus. Und ich sollte es nicht tun während eines Spiels. Hm. Ich höre gar keine Sprüche mehr von dir. Der ist aus. Ach, komm. Ein bisschen Spaß muss sein. Ein bisschen Spaß muss sein. 2-0. Schön. Was bewirkt nochmal der Besen? Gar nichts? Ich weiß nicht. Die haben alle irgendwelche komischen Attribute. Ich weiß nicht, was sie hat. Aber die haben irgendwelche unterschiedlichen Fähigkeiten. Ich weiß nicht, ob das dann extra Ausdauer war oder extra Schlagkraft oder irgendein Quatsch. Ich habe auch nicht... Habe ich gepennt. Ich habe auch sowieso nicht verstanden, wie dieses komische System läuft. Weil einerseits hast du diesen Loyalitätslevel. Dann hast du den Klamottenlevel. Der Klamottenlevel gilt auf alle. Und dann gibt es nochmal speziell von den Items irgendwelche Sondergratifikationen. Also ist fast komplexer als World of Warcraft. Und hat auch mehr Questen. Aber leider nicht so viele Spieler. Deswegen kauft dieses Ding. Ich will davon einen zweiten Teil. Oder beziehungsweise gibt es ja schon mehrere Teile von. Aber ich glaube, das ist der einzige mit so einem Story Mode. Wie meint ihr das World of Warcraft? Wie hat er einen Story Mode? Emily! Wach werden! Ja, Emily ist wirklich nicht ganz da. Vielleicht passt die nicht ans Netz? Die war nicht die beste Netzspielerin. Das kann ich dir sagen, ja. Au! Das war... Jetzt werden sie wach, oder was? Das muss aber nicht. Ja, mach nicht wieder so einen Krimi wie beim letzten Mal. Ja, gut. Im Augenblick sieht es ja noch relativ... ...locker aus. Ja, ja, ja. Das sah es gegen den Opa auch aus. Schön. 3-0. So. Das muss ich eigentlich nur so weitermachen. Dann haben wir 6-0 gewonnen. Ach, nee. Hör auf. Ja, ich wollte es einfach nur mal sagen, ne? Um diesen zentralen Satz zu machen. Wir kriegen ja jeden Tag neue Zuschauer. Echt? Sollen wir jetzt noch mal die Tennisregeln erklären, um die Leute vollkommen zu verärgern? Ja, da muss man auch mal das Christ gegen Javier machen. Wobei, was war das? 23 Meter, 77? Richtig. Aber wenn man die Frage bei mir auch kommt, ich weiß es jetzt. Das müssen Sie mir jetzt erklären. Woher wissen Sie das? Ja, ich habe da eben, genau. Wissen Sie, was? Sagt Ihnen das, sagt Ihnen das Phänomen Let's Play was? Ja, klar. Ich gucke hier, jedes Mal Call of Duty. Mist, 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 Mist. Ah, war zu wenig Einsatz. Da geht noch mehr. Jetzt lass dich wieder schleifen. Ach, Quatsch. Geht doch. Noch ist ja alles im Rahmen. Kannst du mir gar nicht mehr abwarten, gegen Rolf zu spielen. Ja, erst mal müssen wir ja an den Kezuke vorbei, dann Mary und dann noch Abel. Wo ist kein? Haha. Ne, ich glaube, da muss nur Mary spielen, dann Abel und dann Rolf. Der Rest ist doch bestimmt nur Zugabe. Ey! Emily, du... Meine Fresse! Willst du das Ding in der unnötigen Länge ziehen? Gut. Oh. Wow, wer hat das denn gemacht? Nee, ich muss ja nicht. Das war ja jetzt die KI. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das war schon gut. Wow. Also scheiße spielen die beiden nicht zusammen. Das muss man mal sagen. Gut, die sind auch beide auf maximal Level. Also, mehr geht auch nicht. Fünf Jahre. Wahrscheinlich doch. Durch mehr Kleidung oder andere Kleidung, andere Schläger. Du könntest noch mehr rausholen. Zum Beispiel würde ich sie gerne mal sehen im Taucher-Lackanzug. Interessenhalber natürlich nur. Wir können ja mal gucken. Wir können ja uns gleich noch mal vor dem nächsten Match umziehen. Ja, okay. Ich meine, ja, okay. Wenn es sein muss. Also nur, wenn du willst. Also ich will da. Gerade übrigens, wo wir das hier aufnehmen, läuft das spannende Champions-League-Spiel mit dem großartigen FC Bayern München vielleicht hat einer von diesem Verein schon mal gehört. Und da ist mein Freund der Herr Sommer wird gerade interviewt beim ZDF. Ich weiß gar nicht, dass der ganze Scheiß hier soll. Wir beginnen heute sowieso. Uns schlägt niemand. Wir sind die allerbesten in der ganzen Welt. Ja, so ungefähr auch diese hektischen Bewegungen passen ganz gut. Er hat so ein bisschen was manchmal so, wenn er die Kopfbewegung macht, als er erzählt, dass ich für die Wiedergeburt von Stefan Raab oder so. Spielen heute übrigens gegen Schachtjoch. in Don Metzg. Nur damit ihr das mal einordnen könnt, weil wir das hier aufnehmen. Und in dem Sinne, frohe Weihnachten. Genau. Die... Was war das denn jetzt? Ach, das war ein Fehler von denen. Ja, war auf jeden Fall gut. Ich hab das nicht gerafft. Wollt ihr gerne den Winter-Gag aussehen? Ja, die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist gerade gelaufen. Glückwunsch zum Zettel, Katar. Genau, die haben sich auch noch ein Team gewählt. Die FIFA hatte damit keine Probleme. 6-0 übrigens. Ja. Knapp. Da haben sich noch große Sprüche geklopft. Angel und Venus. Ja, das war nicht so beeindruckend. Nee, da waren ja auch paar besser. Aber siehst du, was so lustig ist, du kriegst maximal 100 Punkte pro Spiel. Das waren angeblich nur 83. Ich weiß nicht, wie man das noch besser machen kann. Zupfe und Stirnband. Und ich hab Goku freigespielt. Goku? Keine Ahnung. Weiß nicht. Son Goku konnten sie nicht benutzen oder so. Ich weiß es nicht. Sieht aus, als würden wir hier... Als würden wir hier... Hey, mein Ingel am zu lachen, das war auch nicht lustig. Kannst du dich mal bitte für solche schlechten Witze persönlich entschuldigen? Haben wir gelacht? So. Dann wollen wir mal gucken. So. Moment. Da müssen wir hin, genau. So. Komm. Klamotten. Fangen wir mal ganz vorne an. Du siehst, ich habe auch Hasen-Outfits. Nee, das ist jetzt nicht so mein Fetisch. So, hier haben wir zum Beispiel hier, ne, das Original Adidas-Outfit. Jetzt kaufen. Zack. Hier. Ich glaube, das ist doch... Ist das nicht das Original Anaconi-Cover-Outfit? von... Ich glaube, ja, ne? Ja, das kannst du da hinkommen, ja. Hier, siehst du, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, kann es sein, das war Fehlerer bei Adidas? Was ist das jemand? Auf jeden Fall sieht das sehr bekannt aus. Ja, ja. Hier so, ganz toll. Hier. Hier. Ja, super. Lauf mal rum wie ein Junge. Das wollen die Zuschauer bestimmt sehen. Weiß ich was. So, komm. Haben wir natürlich das Gegenstück. Heidi. Lauf mal rum wie ein Junge. Lolita. Lass das. Oder Gothic Lolita. Du merkst schon, worauf dieses Spiel wertliegt. Ja, komm. Was du da wieder reininterpretierst? So. Oh, mein Gott, das ist nicht so spannend. Ja. Da ist es. Das ist genau der gleiche Anzug, wie kannst du dich an das eine Video erinnern, was ich gemacht habe von diesem Golf-Teil. Ja. Der Golf. Da hat genau das gleiche angab, das konnte man auch freispielen. Mit dem gleichen Ausschnitt. Ich kann mich ganz genau dran erinnern. Immer ist ja auch von den gleichen Machern. Ja, ja, natürlich. Aber es hat so ein bisschen was, so, weiß ich nicht, so, hat so ein bisschen Matrix Outfit, also. So, da ist natürlich die Gegenabteilung. Naja, mit der Spitze da ist natürlich auch nicht, ne? Komm. Hula. Hulaula. Hier, für die Spanier. Für Javier. So. Ja, Frauenboxer. Ja, komm, extra. Dann will wir auch das Klischee drin haben. Natürlich. Schulmädchen Outfit. Oder hier, ne? Für die Erwachsenen. Oder Polizistin. Ja, klar. So eine Polizistin möchte ich gerne mal begegnen. So. Sekretärin. Natürlich Sekretärin. Das darf auch nicht fehlen. So. Bauchtänzerin. Das Genie Outfit. Oder jetzt, ganz wichtig, jetzt kommt Heidi. Was ist das denn da? Inuit Kostüm? Ja, das ist natürlich total super. Komm, hier. Für die Inder. Auch stilecht. Oder unsere Grüße nach Holland. In den Netherlands. Komm, hier. Kostümsche. Schwarz natürlich noch. Uh. Business Outfit. Mhm. Wie viel Arbeit ihr alleine in die verdammten Kostüme reingesteckt habt? So, jetzt geht's los. Mit Stummelschwänzchen. Oder als Bär. Ah, das ist gut. Soll ich dir mal einen Bären zeigen? Ja. Oder komm. Hirschkäfer. Tijor. Ich weiß nicht, wer als... Ich will's gar nicht wissen. Panda. Ja, scharf. Genau. Extra jetzt nochmal. Komm, dreh dich mal um. Pinguin. Biene. Maya. Genau. Godzilla. Komm, hier. Komm, hier. Komm, hier. Komm, hier. Anime. Irgendwas. Komm, Pocahontas. Komm, hier. Ja, natürlich. Klar, brauchen wir auch eine Braut. Oh. Party. Piraten. Cave Jane. Karnevalskostüm ist auch lustig. Das sollen wir mal erzählen, was das für ein Karneval ist. Wahrscheinlich ein Rio. Äh, aber hallo. So, hast du hier. Popstar Outfit. Das haben wir gerade ausgestellt. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich hab keine Ahnung. Das ist, glaube ich, nicht so ganz meine Zielgruppe. Was ist das denn hier? Verbunden. Achso, Mumie. Okay. Ach, stimmt. Was ist das, Mann. Das ist tatsächlich Son Goku. Da fehlt nur das passende Oberteil. Also die Hauptfigur aus Dragon Ball. Äh, okay, okay, okay. Okay, deswegen musst du das... Boah. Was ist das denn? Das ist ja der Krankenhaus Outfit. Aber hinten zu. Oh, genau. Da kommen die Kleidung von den ganzen anderen. Und das ist jetzt nicht so spannend. Oh, na. Komm, wie ein Hellgas. Komm. Ja, du siehst, wie wichtig das ist. Ja, finde ich aber gut. Darf ich mir jetzt was wünschen? Ja, klar. Ja, dann in den Sportbikini. War der oben, ne? Ja. Da ist er. Kann man auch die Farbe anpassen? Das geht nicht, ne? Ich glaube nie. Ich glaube nicht. Ja, komm, zeig mal deinen Zuschauern was. Emily natürlich auch. Und dann ab ins nächste Doppel. Helden-Schal? Also diese Accessoires, die haben dann aber doch irgendwelche Attribute? Willst du Schlafmaske? Okay. Und da kommt noch so ein bisschen so ein... Und dann Clownase. Schweiz-Nase. Hasenohren. Und da kommen Feenflügel. Machen wir die Fetischgruppe auch noch. Ja, aber du hast jetzt ein paar Sterne mehr bekommen. Ja, ja. Was auch immer das bedeutet. Genau. Das ist... So, und damit rennen wir jetzt rum. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir dann vor dem Willen Keisuke raus. Und dann machen wir in der gleichen Folge hoffentlich gleich Mary gleich mit platt. Oh ja. Das Ding, das ist ein Plan, ne? Hört sich an wie ein Plan. An meiner Seite der großartige MS-Standard. Ich bin euer MrWenner1974 und jetzt in der nächsten Folge extra für euch. Hä? Hä? Wie fast Gott sie schuf. Yes. Bleibt dran, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.